Was ist ein Planunterstand? Jetzt hier in diesem Video. Hallo, heute möchte ich Ihnen gerne mal unseren Planunterstand vorstellen, was im Prinzip ein Mini-Büro ist. Ein Mini-Büro für Ihre Baustelle, eben schnell mit einem Kran auf dem LKW drauf und abgestellt und schon haben Sie einen vernünftigen Planunterstand. Der Planunterstand ist sehr massiv, kann also nicht mal eben weggetragen werden. Abschließbar wird geliefert mit Schloss und Jetzt auch durch die abschließbare Klappe mit einem Dach. Sie stehen also wetterfest in Ihrem Mini-Büro auf Ihrer Baustelle und haben dadurch, dass dieser Wetterunterstand auch kranbar ist, schnell ein Mini-Büro an Ihrer Baustelle stehen. Vorteil, die Ringer im Platzbedarf, abschließbar, Sie können Wertsachen drin lassen und Sie können vernünftig planen. Wir haben drei Ablagefächer. Zum Größenverhältnis, wir noch mal der Zollstock. Das sind also jetzt zwei Meter und wir haben die Bemaßung drin, da brauchen wir auch noch mal einen Schott, eine Brugel von einem Meter und einen Auszug von ungefähr 74 Meter. Ich werde jetzt diesen Planunterstand auch mal zumachen. Abschließen. Und jetzt ist er sicher verschlossen, keiner kann die Sachen dran oder Sie könnten ihn weiter transportieren zur nächsten Baustelle. Abschließen. Abschließen.